Wir hatten eigentlich nicht vor, ein Musical zu machen. Wir hatten eigentlich vor, einen Abend über Männer zu machen oder über das, was Männer ausmachen. Wir wollten etwas darüber herausfinden, was es ist, das einen erkennen lässt, das ist jetzt ein Mann. Wir wollten etwas darüber herausfinden, warum man sagt, das ist jetzt männlich, das ist jetzt weiblich. Und warum man überhaupt in solchen Kategorien denkt. Sie haben mich erkannt. Sie werden heute Abend wahrscheinlich nicht bekommen, was Sie haben wollten. Das ist eine Vermutung. Ich denke, wenn Sie wüssten, was Sie haben wollen, wären Sie heute Abend gar nicht hergekommen. Schön, dass Sie da sind. Erfolg, ja. Macht ja nur dann Spaß, wenn es irgendjemand gibt, der einen benneidet. Ja. 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 Vielen Dank.